Hallo und herzlich Willkommen zurück beim HW zum SQ. Heute wieder eine kleine Runde Golfit, weil wir nicht wussten, was wir sonst spielen sollen. Anni, wir wollten eigentlich was anderes spielen, aber das ging nicht, weil dieses Spiel genau jetzt im Wartungsmodus ist. Gerade als wir eingeloggt haben. Ja, wir haben eingeloggt und wurden sofort rausgeschmissen. Wartungsmodus. Mach das hier aber aus, Jungs, schnell! Ja, scheiße. Und deswegen jetzt wieder eine schöne Runde Golfit. Curry gewinnt, der übt jeden Abend. Ja, genau. Der sucht doch immer nur Maps raus, die er schon kann. Stimmt, der Curry hat neue Maps rausgesucht. Ja, der Curry hat immer mehr Maps rausgesucht. Alter, ich brauche ein neues T-Shirt, wo ich einfach draufschreibe, ich übe jeden Abend. Egal, worum es geht. Ohne Zusammenhang ist das T-Shirt echt geil. Curry kommt jetzt noch. Wir brauchen einen neuen Merch. Kennt ihr dieses T-Shirt für Männer, wo unten drauf so ein Pimmel abgebildet ist? Das T-Shirt, dass man sich eine Hose steckt, dann sieht es aus, als würde der Pimmel oben rauskommen. Alles klar. Bei mir ist das gar kein Aufdruck. Ich verarsche die Leute einfach so. Alles schönes T-Shirt, dann kommen sie näher auch. Guck mal hier, 3D-T-Shirt so. Ja, sehr kalt heute. Ja, geil. 15 Strokes, turn the music on. Alles klar, geben wir Musik. Geil. Inception ist am Start, wir werden alle gestrikt. Scheißegal. Curry? Was? Ei Ei Muchacho wieder? Ei Ei Muchacho? Was? Wie Ei Ei? Oh Gott, fuck ich, ich hab mir den Hut gar nicht aufgesetzt. Nein! Oh mein Gott! Nein! Ey eigentlich, ich muss den mir aufsetzen, Leute. Ja, ja. Warte, ich war da ganz schnell. Hä? Ähm. Ist das denn ernst? Alter Tobi, du musst es verstehen. Ja, das ist schon wichtig, ich verstehe das, ich verstehe das schon. Das geht nicht anders, Alter. Ich muss doch den Hut aufsetzen, bist du fertig oder was? Warum haben eigentlich alle ihre Einstellungen verloren, wie sie aussehen? Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, ich dachte, bei mir wäre es wegen Neuinstallation gewesen, aber pfff. Ja gut, ich hatte es auch neu installiert, ne? Habt ihr gesehen, es gab ja auch Skins, ne? Ja, aber ich hab noch keinen freigeschaltet. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So, ich bin wieder da. Aber da hat schon alle, wenn jemand sehen will. Ihr seid aber noch nicht in der Lobby, ne? Äh, äh, das ist dein an. Ja, kommt jetzt, wartet. Ja, ja, ja. Genis. Youtubersweb. Privat. Ah, die kenn ich auch noch, die Map. Achso. So, Inception. Host. Ja. Muss eben kurz laden, muss eben kurz laden. Natürlich, natürlich. Und dann kommt sofort, wie ein Blitz die Einladung rübergeschossen. Ah, lecker. Spaßtonne 1205. Ich habe übrigens auch eine Map, äh, oder einen, einen, einen Kurs, die heißt Venus in Space. Okay. Da bin ich jetzt schon dafür. Ich glaube, damit sind nicht Würstchen gemeint, oder? Doch. Natürlich. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wieso ein Handy? Das ist doch Golf. Ich meine, hat die Map dann die Form eines Penises? Eines Wieners, bitte. Wie die manchmal darauf kommen. Eigentlich Wiener. So. So. Treffen mache ich an. Kollision, ne? Wollt ihr ja, ne? Ja, Kollision ist immer gut. Das muss einfach. Alles klar. Aber springen nicht diesmal, ja? Oder, oder mit? Nee, springen ist immer gut, oder? Springen ist immer gut? Ja. Wie spring man denn nochmal mit der Akantor? Mit der Erdkaste. Was war denn Spring nochmal? Dass man hüpfen konnte, oder was? Genau, genau, genau. Okay. Hä? Da kann man geile Abkürzung nehmen. Ich erinnere mich. Was soll der denn sonst sein, Tobi? Ja, weiß ich doch nicht, Curry. Quatsch, bin ich dumm voll. Alter, was bist du denn hier, Max Meiermann? Nee, geh doch noch mal kurz den Lobby zumachen, weil du irgendeine Einstellung vergessen hast. Arschloch. So. Okay. Jetzt können wir Inception. Oh, es geht los. Hey. Wie war das denn nochmal? Wir rollen. Ja, ich mach mal gar nichts. Ich mach mal gar nichts. Ich mach auch nichts. Alter, lass es einfach wirken. Was ist jetzt los? Hä? Hä? Ähm. Äh. Also die Map hat eine sehr gute Bewertung. Ja. Das ist total guselig. Was passiert jetzt? Ich bin gefangen im Trauern. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Hollywood Team Production. Ernsthaft? Da laufen Credits? Ernsthaft? Alter. Was? Inception. Was? Hä? Hä? Guck mal wie wir da rollen. Curry cheated. Ja. Sombrero. Und die Musik dabei als Inception. Wahnsinn. Und jetzt? Ähm. Viele Grüße. Ähm. What? What are you doing? I'm getting some fresh air. I'm getting some fresh air. I'm getting some fresh air. Müssen wir da rein schlagen? Ciao. Wah. Danke. Danke. Ähm. Whiii. Dankeschön. Dankeschön. Aber wo muss man hin? Ich muss meine Maus. Tobi bist du da richtig? Weiß ich noch nicht. Ich scroll mal raus. Ja doch der ist da richtig. Ja ich glaube auf der anderen Seite gibt es auch ein Loch. Bumm. Ah. Ja geil. Auf geht's. Ah. Ah. Das Traum ist gar nicht echt. Hä? Curry wo bist du denn? Ich bin ins andere Loch. Yeah. Ach da gibt's noch mehrere. Ich bin total verbiere. Oh cool. Curry wieder ins andere Loch. Alles klar. Ja was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Was soll das? Das tut immer so weh. Der ist aber nicht so glücklich da mit seinem Trail ne? Alles klar. Ciao. Ähm. Hau rein. Tschüss. Okay. Was zum Teufel geht hier ab man? Ich weiß gar nicht was abgeht. Boah scheiße. Hä? Ich bin hier. Hä Pan was machst du denn da hinten? Äh. Das ist doch falsch. Ich weiß nicht. Nein. Oh das war zu hart. Ich hätte soft. Ich hätte ganz soft sein sollen. Ganz soft. Ja mit Gefühl. Ich brauch erstmal wieder Gefühl fürs Spiel. Lass dir die Träume auf dich wirken. Schon wieder. Ah man. Scheiße. Wie viele Schläge hat man nochmal? 12. Oh. Ich hab diesmal 15 eingestellt. Hey Curry geil. Curry geil. Ich hab an Tobi gedacht. Weißt du dann ist besser. Oh oh oh. Ist eh schlapp. Sorky alter. Ja ich muss wieder üben bisschen. It's not working. Waking up. Waking up. Waking up. Ja. 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 Wo muss ich heben? Curry mach das doch einfach nicht. Hä was hast du denn jetzt? Ich hab keine Ahnung was hier abgeht. Wo ist denn das Loch? Bin ich jetzt? No wait. Warte mal. Hä? Ah hinter dem no wait Schild. Hä? Achso wir müssen da durch den Wasser fallen Leute. Ne. Da kommt ihr nicht durch. Doch doch. Hä? Wie? Ich bin wieder hier gelandet. Hä? So müssen. Willst du mich verarschen? Wie? Hä? Oder müssen wir einfach durch die Wand? Nein. Hä? Ah ich hab's. Hier hinter dem Holz. Hinter welchem Holz? Hinter welchem Holz? Hinter der Holz. Hinter der Holzhütte. Innen drin. Ah scheiße. Ach fuck. Ach so ihr müsst auf der Bahn halt bleiben. Ihr müsst gar nicht so hart schlagen. Ihr müsst einfach nur durchrollen. Das ist voll easy. Ich werd immer resettet. Ich seh's zwar wo's weiter geht aber ich werd resettet. Ah geil okay. Du musst auf der Bahn bleiben. Du darfst glaube ich nicht fliegen. Tobi wach auf. Es funktioniert nicht. Oh jetzt. Hä? Ja. Hase wir glauben an dich. Ähh. Scheiße ihr. Oh. Erik das war schlecht. Wollte grad voll den Aggro-Move machen. Scheiße ihr. Uaaahhh. Warum bist du denn auch grün? Wat für ein Nachmacher. Ich wollte Gelb. Ich wollte eigentlich Gelb. Bist du auch Gelb. Don't copy my style. Ja echt bitch. Hä? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich lande immer da oben man. Hä mit so einem komischen Skull da oben drauf. Warum schniss? Das gibst du nicht? Ich, ich mach voll sanft, ich bin voll der sanfte Riese. Okay, warte. Da noch sanfter jetzt. Was? Hi. Geil, Erik. Boah, super, super. Oh nein, jetzt seh ich aber nicht, wo ich hinschlagen... Jetzt. Okay. Ja, jetzt hab ich lauter traurige Smileys. Ja. Give him the kick. Die ganze Zeit? Jetzt hab ich glücklich. Super. Jetzt bin ich drin. Einfach ein Traum. Kick him. Like back him. Alles klar, ciao. Ei, ei. Ei. Hörtschwing. Hörtschwing. Tobi, pass auf, jetzt ruf die Aua. Aber wo müssen wir hinbekommen? Hey, nur für dich. Hi, ei, muchacho. Der Tobi, Alter. Wow, Alter. Wo der Traumschmiller ist. Wow. Scheiße. Oh, oh. Muss man da drüber springen, oder was? Oh, fuck. Ähm. Was denn? Glaube ja. Kann man ins Wasser rein? Wuh! Schubst du mal wieder runter? Oh. Ähm. Ich bin gerade in der Uhr gewesen. Danke, Pan. Komm, ich auch. Was zum Teufel? Hey. Ähm. 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 Ihr müsst übers Wasser springen, Leute. Hörtschwing. 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 Alles klar, Tobi. Gut gemacht. Was? Was? Pan? Hä, Tobi? Was machst du denn da? Pan hat gepflegt. Nein, ich hab mich verdrückt. Oh, hä? Warum tue ich das? Was denn? Hey, Tobi ist richtig gefühlvoll. Ich hab einfach kein Gefühl mehr von dem Ball. Hä? Was ist denn im... Was? Alter, in euer Gesicht, Alter. Hey, Tobi. Ja, das Hackebeil. Wo ist denn dein Kackahaufen auf dem Kopf? Was hat er denn da gerade auf dem Kopf? Das ist ein Beil. Ein Schlachterbeil. Aber wo ist dein Kackahaufen, Tobi? Ich erkenne dich gar nicht mehr. Mein Kackahaufen, der ist... Weiß ich nicht. Ich hab... Ich find's schade, dass du einfach deine Haut... Ja. Okay. Wolltest du meinen Kackahaufen auf dem Kopf? Oh, das war nicht so gut. Wow. Was? Boah, was? Was ist das denn für eine eklige Kurve? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Achso. Das ist voll böse, Mann. Oh man, was? Hey, leck mich. So, lass den. Kasse Golf und Brettspiele. Autsch. Hi Pan, was geht ab? Oh nein. Oh nein. Tobi Schnauze. Haha. Haha, Tobi. Haha. Haha. Guck dir an, wo du dann bist. Boah. Haha, Tobi. Haha. Wir stehen hier aber nicht gut. Ich muss schnell da rein. Haha, Tobi. Nein, Tobi. Nein. Danke, Tobi. Halt mich. Halt mich fest. Komm jetzt. Ich hab ein Seil. Nein. Tobi roll einfach durch. Nein, Tobi roll einfach durch. Aber die ist echt gut gemacht, die Map. Ja, voll. Tobi, komm rein. Los, Tobi. Gib alles. Hey. Jetzt richtig draufzimmern. Komm, richtig drauf. Zeig, was du Mann bist. Alles klar. Ey, das hat der doch voll extra gemacht. Na klar. Geil mit dem Feuer dahinten. Geil. Wettbewerbsverzerrung, Kovac. Danke, dass du uns was zeigst, Tobi. Haha. Wow. Super. Nice. In Träume kannst du alles schaffen, Tobi. If we are gonna perform inception, then we need imagination. Alles klar. Kannst du doch selber ne Map machen hier. Was ist das denn jetzt? Boah, Alter, was? Wir müssen da die Wand hoch. Was? Äh, was? Moment. Oh, wie geil. Okay, Paar, komm. Boah. Hä? Wie? Was? Was hast du gemacht? Alter, wie geil. Entschuldigung, Paar. Oh, wie krass. Alter, hä? Oh, wie geil ist das denn? Alter, wie geil. Wie geil ist das denn gemacht? Das wird irgendwie komplett verdreht sein, dass wir denken, es sei irgendwie oben, oder? Ja. Alter, wie geil. Cool. Das ist back. Dass die Welt sich so dreht. Das ist halt mega geil. Ich baue noch ein bisschen. Ich roll die Map hoch. Ich roll hier die ganze Zeit fröhlich durch die Gegend. Der klettert. La la la. Darf ich wieder? Darf ich wieder? Guck mal, wie einfach das eigentlich gemacht ist. Der hat einfach nur die Kamera gedreht, ne? Ja. Aber voll geil. Ja. Das ist mega geil. Es ist Inception. Er hat fast geschafft. Wahnsinn. Wahnsinn. Nice birdie. Wahnsinn. Geil. Was? You must design the Matrix. Achso. Mist. Boah. Tobi, hey. Juhu. Juhu. Ist das richtig hier? Nein. Alter, guck mal, die Gebäude nach vorne bewegen sich. Hast du gesehen, Tobi? Okay, das ist jetzt aber echt ein Problem. Echt bewegen die sich. Tobi, das hast du jetzt ein Problem, ne? Das ist aber echt scheiße. Hä? Wo bin ich falsch hier? So mach ich das. Bin ich hier falsch? Nein. Hä? Wie soll ich jetzt da hochkommen? What? Hä? Wie soll ich da hochkommen? Ihr müsst euch resetten lassen. Das geht nicht anders. Aber wie? Wie? Was muss ich drücken? Ja, mit R. Mit R. Wie? Was meint ihr mit hochkommen? Wo seid ihr? Ja, da bei dieser Treppe. Pan, wie bist du da hinten hingekommen? Wie? Hä? Hä? Pan, wie bist du da hinten hingekommen? Hä? Bist du einfach gerollt? Ich hab mich hier jetzt einfach hochgeschossen, wo der Erik ist. Ähm. Ähm. Was, Tobi? Wie? Wo ging das denn hin? Hä? Ich versteh nicht. Da vorne ist das halt noch. Loi, was? Die Treppe ist gar nicht da, wenn man schnelles Tempo hat. Nice. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Erik, du musst resetten. Die Treppe ist gar nicht da. Die geht einfach weg. Hä? Es ist alles nur eine Illusion. Bei mir ist sie aber da. Hä? Du darfst nicht jumpen, Erik, sonst ist die Treppe da noch da. Wie? Na geil. Du musst die normal fahren. Du musst die normal fahren. Ich darf hier nicht springen, oder was? Ja, einfach nicht springen. Einfach volle Pulle dann schlagen gleich. Vertrau mir. Ich bin Leonardo di Curio. Ja, das war's. Hä? Hä? Siehst du? Wo kommt das denn jetzt auch mal her? Ich schalt mir Leonardo di Curio auf. Leonardo? Was ist das für Magie? Ich bin Leonardo di Curio. Wow. Wuuu. Es ist alles nur ein Traum. Aber vielleicht auch wenig. Es ist ein Traum und ein Traum. Oh, wie gemein. Hier ist noch ein... Jawoll, geil. So, alle klar. Hammer. Das war ja komisch. Alter, wie geil, aber die... Was denn jetzt? Oh mein Gott. Oh, ich warte auch gerade auf den Zug. Krass, das Spiel weiß alles. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin in einem Auto drinnen, Mann. Ich bin irgendwo hin. Hä? Hat er die Textur uns selber gemacht? Das ist ja süß mit dem Auto. Was war das denn? Oh. Ich hab das Auto selber gebaut. Geiles Auto. Oh, man muss übers Auto später. Man darf hier, glaube ich, keine Abkürzung nehmen, oder? Ist, glaube ich, schwierig. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich. Tobi, nebst du eigentlich noch? Ja, ich bin noch hier. Oh Mann, ey, ich spring mal daneben. Oh, das ist ein bisschen zu weit. Oh, das geht nicht. Alter. Oh, das ist ein bisschen zu kurz. Hopp. Oh, was ist das denn, Tobias? Tobias. Oh, das weiß ich auch. Nein, was? Das war so knapp. Hallo. Ich komme auch. Komm schon. Ja. Nein. Tobi, du Wichser. Boah, Mann. Das ist mein Traum. Geh weg. Oh nein, jetzt bin ich übers Auto drinnen. Oh mein Gott, Mann. Wie kann ich denn so Power haben im Schlag? Ich hab meine kräftliche Kontrolle. Ich bin halt echt so schlecht. Nein. Ich auch. Wieso bin ich denn so stark? Oh, der ist der Curry. 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 Ach, scheiße, Mann. Hey, Mann. Was geht ab? Muss man auf dem Auto lagen oder muss man direkt drüber? Du musst da drüber. Direkt drüber. Aber nicht zu weit. Ja, genau. Nicht zu weit, nicht zu viel. Komm, du kannst es schaffen. Mit Gefühl, Erik. Glaube an die Kraft, deine Gedanken. Ja! Nein. Hey, wo bist du? Doch, doch, doch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hey, Tobi. Hey? Cheats, cheats. Hey, was geht ab? Wieso flieg ich wieder zurück irgendwo hin? Hey, was war das? Was war das denn gerade? Hast du das gesehen? Das war da ganz ewig. Ne, ernsthaft? Das ist ein Bug? Bei mir bist du aber auch auf die Kante gesprungen, ne? Bei mir war ich... Bei mir habe ich Curry angeditscht. Ah, komm, dann schaffe ich die Runde nicht. 3, 2, 1. Das ist aber scheiße. Ich war da. Jeder hat es gesehen. Das war ein Bug. Hey, das ist ja komisch. Wie ärgerlich. Hey, ich war gerade ganz unten, Hase. Oh, geil. Guck mal, guck mal. Da ist eine Kurve. Ja, ärgert mich trotzdem. Alter, wer war das? Komm zu mir, Kapan. Ähm, komm zu mir. Ich wollte näher. Warte, Tobi. Warte kurz. Hey, Tobi. Hey, Tobi. Boah. Guck mal, wie gut bist du das gemacht hat hier mit den Autos? Wie der sich das einfach ausgedacht hat. Ich bin echt super kreativ. Das ist voll schön. Ja, das ist voll geil. Die Räder sind irgendwie so Schüsseln oder irgendwas, ne? Ja, ich finde das richtig schön. Ach, guck mal, das Auto geht auf. Das ist ja nicht wahr. Ja. Wie schnell ihr seid. Das ist unfassbar. Das ist ja besser als der richtige Film. Mann, ey. So. Pan, komm mal rein hier. Jawohl, Pan. Gut gemacht. Oh, was? Nein, nicht Holy One, aber Pan. Da kann sich... Ey, Curry, Mann. Wie seid ihr so schnell? Ich hab gar nichts gesehen. Da kann sich... Da kann sich Rockstar Games immer noch was abgucken hier vom Auslösen. Oh, jetzt will ich auch ne Map machen, Mann. Mann, was ist das denn? Wieso bin ich jetzt da unten? Was ist das denn? Wir können ja mal ne Challenge machen, irgendwann, dass wir... Irgendwann... Jeder selber ne Map versuchen zu bauen. Ja, klar. Tobi hat keinen Bock. Tobi ist da hinten einfach irgendwo im Schnee. Hä? Alter, Tobi, wo bist du? Ich dachte, ihr wart ganz weit vorne. Ja, wir haben... Wir haben voll verkackt. Hä, Tobi, was machst du denn? Du musst Gefühle entwickeln, Tobi. Zeig Gefühle. Komm, komm. Komm, komm. Handherz, Tobi, Handherz. Hä, Curry und Tobi haben beide Herzen als Trailer und sind beide rot? Was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung. Oh, guck mal, hier ist der Bar! Hä, was ist jetzt los? Aber wo muss man... Ab in den Aufzug! Wow! Was? Kann ich die Bar? Hä, was war das denn? Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Ähm, oh. Scheiße. Okay, wo auch immer ich bin. Oder was? Ah, das ist ein Aufzug, geil! Wo hast du hingeschlagen, Erik? Ich hab einfach draufgeschlagen. Was? Ach, da oben ist eine Plattform, Mann! Ohhhh. Alter, da musst du halt... Ich bin nur Aufzug, das ist voll geil! Der fährt... Der Ball fährt da oben hoch. Huiiii! Plum, 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 plum. Oh Mann, ich bin so neidisch. Ich fahr mit, Tobi. Ich fahr mit, Tobi. Warte auf mich, bitte! Okay! Juhu! Alter, wie geil ist das denn? Ähm, ich... Wo, wo... Hallo? Ich möchte bitte alle Maps von den Typen spielen. Ach du Scheiße. Ähm... Ja, verteilt der Land! Ne, was soll ich... Ja, wie geil, die Tür geht auf. Ähm, wo muss man denn hin? Hä, wieso bin ich jetzt ganz... Mann! Mann! Boah! Hä? Ich will das nicht! Yay! Das ist doch echt ein Witz. Hey, Tobi, du bleibst mal bitte ruhig. Ne, das ist ein Witz. Mann, Tobi. Wenn ihr das gar nicht gesehen hätte, dass... Alter, was soll denn... Hä? Was war das denn? Erik, bitte. Hä? Wenn ich auf R drücke, dann blinkt mein Golfball. Du musst Gefühle entwickeln. Ja, warte. Das will ich auch mal machen. Du musst an das Inception glauben. Hey! Oho! Mann, Mann! 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 Oh, ist das böse, Alter! Hä, Pan ist ja wieder unten! Ja! So scheiße... Oh mein Herber! Ich bin so ein Teufel manchmal! Ah, das ist so lustig! Tschuldigung! Oh, die rechte Maustaste ist doch nur der Reset! Oh scheiße! Oh, Alter! Zeit abgelaufen! Danke schön, du Arsch! Hast du R gedrückt? Ja, ich kenn die Steuerung doch nicht, Mann! Nee! Scheiße! Entschuldigung! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Ich sag nicht mehr Hass, das sag ich mir jetzt nur noch ehrig, weil ich echt sauer bin! Sag einfach Arschloch! Du Arschloch! Echt! Was soll ich das? Wie hab ich das heute nochmal gesagt? Ich glaube Menschen, denen ich vertraue! Ne, warte mal! Ja doch, ich glaube den Menschen, denen ich vertraue, immer alles! Und ich vertraue den Menschen! Okay, aber komm, es war sehr lustig! Das war damals bei GTA auch nicht lustig! Doch, das war nicht! Boah, wenn man auf Y drückt, kann man schießen! Aber im U-Boot, weißt du, da hätte man schon sehen können, dass wir in der gleichen Wohnung wohnen! Ich hab auch gleichzeitig auf Y und so, echt? Äh, Pan? Ja? Küsschen! Geh weg, ey! Hey, gu-Gute Leistung! Halt's Maul! Meier wär stolz auf dich! Scheiße! Oh, wap, 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 wap! Ach, wirklich! Geil, Tobi, geiler Typ, Alter! Ist doch nicht wahr! Der macht hier alles scheiße bei mir, ey! Der manipuliert meinen Sieg! Das kann doch nicht sein, Alter. Shit, weil du verficktes Glück hattest. Alter, was musst du denn? Das liegt an deinem Kacke auf dem Tobi. Boah, geil, Tobi. Ja, ist doch nicht wahr! Doch! Hey, Tobi. Nein, das kann doch nicht so wahr! Das ist doch nicht wahr! Hey, Tobi. Danke. Ich glaub, Tobi ist alles aufs Standbein, Alter. Überlegen! Das kann doch nicht sein, Alter! Geil, Tobi! Das kann doch nicht... Und der Curry hängt die ganze im Loch und lacht sich eins, weißt du? Weil er einmal Glück hatte. Das kann doch nicht sein! Ich verliere meine Gegner bitte. Zumindest nicht mehr Attacke, Tobi. Das ist doch nicht wahr, Alter. Tobi, du kannst es schaffen. Komm, ein Schlag noch, komm. Warte, warte. Hä? Tobi, komm. Ach, Zeit ist um. Alles klar. Ja, leck mich doch, Alter. Scheißspiel gefällt mir nicht. Drecksmap, Alter. Warte! Boah, wie das rückt denn gerade. Was ist denn hier los, Alter? Boah, Lawine, das ist eine Lawine! Oh, wie cool! Ich seh nichts mehr, aber geil! Oh, wie cool! Ey, warum rollt ihr denn da durch? Achso, doch nicht. Sehr kreativ. Das ist echt eine Lupe, ey! Juhu! Alter, wie geil! Hallo, hallo? Darf ich? Entschuldigung. Ups. Was? Jetzt bin ich auf Eis! Ich werde mir den Sieg wiederholen. Wie soll ich denn nachrichtig schlagen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, oh, nein! Oh, das ist Eis, Leute. Passt auf. Ich hasse alles. Ich hasse alles! Nein! Ey, komm nicht durch diesen Looping. Ja, das wird schwierig. Soll ich dich begleiten? Guck mal, ich zeig dir mal, wie das geht. So. Oh, Mann, ich hab grad drüber nachgedacht, dass ich die wegschlage oder so. Du bist so fein. So, Kari! Direkt daneben, bitte. Bitte, bitte weiter. Warte, ich warte noch auf jemanden. Oh, oh. Guck mal, was die anderen so machen. Ey, ey! Tobi, vorsichtig. Will der denn schon wieder von mir? Tobi, komm mal, komm mal rum hier. Tobi? Der Ruck ist auch grad ein bisschen. Ich glaub, ich hab die Grafik zu hoch eingestellt. Tobi, komm mal rum. Ich hab auf episch, Mann. Ja, ich hab auf episch, aber ich hab auf... Ach, das ist heiß. Ich dachte, das war Wasser, Mann. Oh. Was? Was? Hä? Boah, Leute! Ah! Nein! Stopp! Ciao, Kari. Ciao, Adelan. Kuss auf dein Gesicht. Ah, da wieder Tobi. Ey, was soll das? Ja, Kari ist aggro. Hey, Kari, was soll das? Ich wollte auf die Richtung schlagen. Tobi hat mir auf Steam geschrieben, dass ich das machen soll. Ja, natürlich, Kari. Mega Glaubwürdigkeit als Kari. Nein! Hey! Hey! Hä, wieso fliegen da da und Leute vorbei? Das bin immer ich. Scheiße! Aye, aye, muchacho! Aye, aye, aye! Oh, toll. Aye, aye, oh! Aye, oh! Let's go! Oh! Oh Gott! It's a trap! Achso, schon wieder die nächste Map. Ich wollte was trinken. Scheiße. Dimas, help him! Ah, Hilfe! Boah! Oh, was? Äh, was? Oh, 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 okay. Alter, das gibt's doch nicht. Ciao, Habibi! Oh Gott, fuck! Oh nein! Oh nein! Wieso ist da Feuer? Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist ja wohl die... Was war das denn gerade? Hä? Ich wollte gerade richtig ausholen. Pipp! Einfach nur. Das ist ja wohl die beschissenste Position, die man haben kann. Och, leck mich doch! Ui! So! Nein! Das reicht immer noch nicht! Hä? Okay, wir wollen mal. Mit voller Kraft, komm! Ja! 1, 2, 3! Hä, wo fliege ich denn jetzt hin? Wo bin ich? Oh, ich schaff's aber! Ich schaff's aber! Boah! Alter, Pan ist halt so scheiße. Hä, wieso? Was? Die rollt nicht wieder runter. Das ist voll unfair. Alter, ich bin nicht schlecht. Ich roll schon wieder runter. Ja. Ne, doch nicht. Ja komm, ich bin raus. Ciao! Hallo! Komm rein gleich. Ah! Was ist denn hier? Hä? Ich weiß gar nicht, was hier was ist. Jaja, lass dich einfach treiben. Oh Mann! Ist das... Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was ist das alles hier? Hä? Muss... Es geht dann irgendwann von ganz alleine. Ich bin drin. Nein! 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 Erik, soll ich die herunterschlagen? Nein, bitte nicht. Ciao! So, und hier hab ich jetzt grad so Kühlschläge verbraucht. Ha! Sehr gute Leistung, Curry! Der Curry ist sehr vorsichtig. Er nähert sich vorsichtig den Loch. Ah! Ah! Es passt! Ich verstehe! Boah, das ist ne Kanone! Geil, rein da! Geil! Ja! Ähm! Cool! Die andere Kanone, oder was? Ich glaub schon. Wuh! Ich seh die gar nicht. Hä? Und jetzt wohin? Oh Mann, wie gemein! Zielscheibe! Oder was? Hä? Hä, wo bin ich? Was? Ihr müsst zur Zielscheibe schießen! Hä? Wie kam hier die Kanone? Du musst auf die Kanone einfach steuern. Hey Curry! Hab ich! Hey Curry! Was geht ab, Mann? Huch! Das ist alles nur ein Traum. Das ist gar nicht real. Oh mein Gott! Oh oh! Oder vielleicht doch? Was ist denn hier der Traum? Vielleicht sind wir auch nur der Traum? Herr Curry! Komm bitte! Komm! Mann! Kommt hier jemand noch vorbei? Nö! Ist doch jemand unten? Ist es just a dream? Ich dachte, ich kann hier jemanden anschubsen. Nee, du wolltest da jemanden runterschlagen. Nee, nee, wirklich nicht. Doch, doch. Ach! Boah! Hast du mir aufs A? Nee! Das ist doch das ja! Pan, du kannst hüpfen! Du kannst springen! Genau! Mit R! Du kannst hüpfen! Nein! 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 Alle klar! Pan, da war das Ende! War ich super gut? Okay, ich hab nur 51 Sekunden. Alles ist gut! Ja, der ist gut! Wow! 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 Alle klar? Ja! Art geht ab! Was für eine Leistung! Was für eine Leistung! Was für eine Leistung! Nehmen wir noch erste! Looping! Boah! Haha! Doppel-ooping mal! Doppel-ooping! Hä? Was? Hä? Was ist das da? Hä? Wie soll man da jetzt hochkommen? Oh, so? Alter, wer hat mich weggepuppt gerade! Hä? Boah! Ja, Curry! Nein, das ist irgendwie gar nicht gut! Hä? Hä? Und wieso flieg ich immer weg? Ich weiß es nicht! An unseen force! Ich weiß nicht, was hier real ist! Mann! Wie soll ich denn da hochkommen? Curry, Curry ist schon oben, weißt du? Der feine Curry übt jeden Abend! Du hast noch! Der übt jeden Abend! Wo bin ich denn? Oh nein! Ich bin immer wieder unten! Hey, Tobi! Einfach voll hart dagegen, genau! So, aber jetzt ist doch hier ein Problem, oder? BAM! Ja geil! Ach Gott sei Dank! Hier muss ich doch drüberspringen, oder nicht? Nein, du musst nochmal da hoch! Ja, aber hier ist doch so ein Rückwärtspfeil, der mich nach hinten schießt! Ja, der ist deswegen ganz hart! Der hält dich einfach... Alles da, Tobi! Ciao, Tobi! Hoch! Was? Hä? Wie schnell warst du jetzt wieder da, Tobi? Ja, ne? Hä? Hallo? Pan? Ja, Moment! Achso, da! Ähm, ich kann das Spiel nicht mehr steuern! Was? Jetzt! Jetzt hab ich sie da! Hä? Du bist gefangen in einer Inception-Wolke, das ist normal! Ich bin echt auf dem Fisch weg jetzt, ne? Hey! Was? Pan, du musst hart schlagen! Hab ich! Richtig hart links gegen die Wand, quasi! Jawoll! Boah! Ihr könnt mich mal mit dem hart schlagen! Keine halben Sachen, die Frau! Das war aber nicht mal ein Witz, das war wirklich ernst gemeint! So wie Bret Hart damals, Pan! Ernsthaft, Tobi? Ernsthaft? Ernsthaft? Hi! Hi! Warte, Teba! Oh, ich hab kein Wort mehr! Das geht nicht! Oh! Komm fahren! Boah, ist so warm hier gerade! Oh! Fast! Du hast fast geschafft! Ah, schade! Nein, der König ist wieder Erster! Oh, warte, Entschuldigung! Natürlich ist er Erster! Hä? Was? Oh Mann! Was ist jetzt los? Alter, guck mal! Da fallen die Türme um! Ja, ist voll geil! Das ist das Ende des Films! Ich kann mich genau erinnern! Wieso? Wieso schlägt der nicht fest zu? Warum macht der manchmal so eine Lulli-Schläge? Da kommt ein Tower runtergefahren! Mann! Ja, das ist doch zu... Warum macht der manchmal so eine Lulli- Hey, Tobi! Oh Mann, das war nicht gut! Danke! Jetzt aber tschüss! Dankeschön, Tobi! Wo krieg ich denn hin? Hab ich dich mitgenommen? Ja, du hast mich mitgenommen! Ich musste gar nicht schlagen! Du hast mir einen Schlag gespart! Aber sie ist in der Tower! Nein! Ab in den Tower! Leute, kommt! Ab in den Tower! A house! In the middle of the street! A house! It should be upstairs! Abs... Abs... Upstairs! Let's take the elevator! Yeah, man! Wir dürfen wieder mit dem Aufzug fahren! Geil! Aber wo ist der? Wo ist der? Im Tower! Genau da! Aber bist du neben? Hallo! Juhu! Bist du auch im Elevator? Ja, sicher! Ich seh dich gar nicht! Außerdem fall ich hier gleich raus! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich fall gleich raus! Ich fall gleich raus! Boah, guck mal, man kann voll viel sehen! Hui! Oh, die Tür geht auf! Was schön! Ach da! Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott! Da ist das! Da ist das Ziel! The safe! Boah! Boah! Nein! Da ist der Greifelmann! Wow! Hä, wo bin ich denn zu... Hä, wo bin ich? Du hast mich irgendwie getroffen! Ähm, bitte reset! Danke! Ich weiß es nicht! Muss man da rein? Ich glaub's dann! Das hat eine echt die ganzen Möglichkeiten, die man hier hat, noch 25 Sekunden komplett ausgenutzt! Krass! Ah, ach, das... Ah, okay! Das einzige... Nur die Rundenlänge reicht hier, glaub ich, nicht, oder? Nicht so ganz... So zwei Minuten sind zu wenig, glaub ich, bei den Maps. Ja gut, das wusste ich halt vorher leider nicht. Boah, das Auto fällt runter, oh mein Gott! Oooooooohhhhhh! Was? Hä? Hoffentlich ist der tot! Hä? Achso! Was? Auaas! Das wusste aber genau, das wusste aber genau! Du hast mir voll weh getan! Nein, 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 nein! Scheiß, das war so knapp! Alles klar, Tobi! Was ist das denn, Alter? Hey, was ist hier los, Alter? Tobi hat gefurzt. Was? Huch! Alter, leck mich! Boah, okay, das ist ja super hart. Was? Oh, okay. Oh Mann, ich komm da nicht mal rein! Was zum Teufel passiert hier? Ähm... Oh mein Gott! Oh, scheiße, fuck! Oh, Mist. Jetzt endlich. Ey, was ist das denn? Scheiße, springen war keine gute Idee. Was zum Teufel passiert hier? Tobi, bitte rette mich. Aua! Hör auf, jetzt aufhissen! Scheiße, wie komm ich denn jetzt hin? Wow. Wo sind meine Kollegen? Ich weiß es nicht. Ich sehe Curry ganz weit weg. Genau, ja. Und die Pan ist hier grad bei mir gewesen. Hey Pan. What? Ey, was ist das? Time. What? Und wie bist du plötzlich oben? Time. Oh Gott. Time is running out. Schnell weg hier. Schnell ab ins Loch! Es wird Zeit! Oh, puh! Nein! Es wird Zeit, Freunde! Es wär so schön gewesen! Es wär so schön gewesen! Jawoll! Wir haben's fast geschafft! Der Auftrag ist fast beendet, Leute! Was? Alter! So, wir hatten our time together! Das ist so episch, Erik, bitte mach weit! Hä? Müssen wir hier nicht hin? Hä? Oh, doch müssen... Okay. Alles klar. Was? Oh mein Gott! Was? Hä? Tobi, willst du mich verarschen? Du schaffst doch wieder eine dicke Lücke, Mann! Das ist ein Maul! Ich wollte mal probieren, was hier geht! Was ist denn jetzt hier los? Geht das hier? Ich versteh nicht, was hier los ist! Pan ist schon wieder im Loch drin! Gott! Ich bin hier irgendwo, da geht hier alles schon alleine! Ich mein Gott gar nicht! Das ist voll falsch, Mann! Das ist ein Team ist wieder! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin im Fahrstuhl irgendwie, aber da passiert nichts! Ja, ich auch in zwei Fahrstühlen, in drei, vier... Du bist parallel in drei, vier Fahrstühlen? Er hatte das Ding gemacht von Inception, das Drehding ist hier! Ach, wir sind wieder hier! Oh, scheiße! Ich muss resetten! Woah! Was musst du resetten? Scheiße! Ja, ich war wieder in einem anderen Fahrstuhl... Ja, ist egal, ich war falsch! Ich bin beim Ende! Was zum Teufel passiert hier gerade? Dankeschön, Fairkill! Das ist eine wunderbare Map! Was? Aber... Müssen wir den Zaun runter, oder was? Ja, du musst da drüber springen! Da ist ein Ding... Wow! Oh! Ja, ich seh schon, ich seh schon! Ich bin in den Laster gefallen! Wow! Oh Gott! It's a trap! We must help him! Achso, das ist eine andere Map gerade! Okay, krass! Krass! Ähm... Ich weiß nicht, was hier gerade passiert! Ich habe keine Ahnung! Ich bin jetzt im anderen... Nee! Guck mal da! Das sind einfach nur die Credits, ne? Hä? Was passiert denn hier? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist! Nein! Hier unter den Credits sehe ich noch was Grünes! Hallo! Ich glaube, unter den Credits ist noch... Hier, ich hab... Warte, warte! Das kommt jetzt hochgefahren, Pan! Ähm... Glaube ich! Ich hab paar! Also, ich bin durch! Ich bin jetzt einfach hier so rumge...dingenst! Alter, was für eine geile Map, Mann! Ich kann grad nix machen! Ich hab hier Vollautomatik gerade! Und ich bin übers Portal gehüpft! Ernsthaft? Willst mich verarschen? Automatik hatte ich gerade auch! Ja, ja! Aber ich bin während der Automatik übers Portal gehüpft und bin jetzt wieder ganz am Anfang, oder wat? Ja! Geil! Oh, leck mich doch am Arsch! Pan hat gewonnen! Herr, du bist immer nicht letzter! Ja! Krass! Oh, geil! Puh! Pan hat gewonnen? Oh, geil! Ich hab... Ja! Ja! Das ist ja krass! Hä? Was ist da los? Ich muss euch ganz kurz sagen, bitte seid nicht neidisch! Ich habe gerade einen neuen Hut freigespielt, den Skull! Hä? Hä? Boah! Ich weiß nicht, was hier los ist! Ich hab ein Zylinder gekriegt! Schön für dich, Tobi! Ganz komische Sachen passieren hier! Ganz komische Sachen! Ja, direkt auch nicht! Ich hätt das Ende gerne gesehen! Mit den Credits! Das hätt ich gerne gesehen! Aber bei mir ist er einfach in dieser Automatik über das Portal gesprungen! Oh! Du kannst aber auf den Channel gucken, wenn du willst! Nee, dein Channel ist scheiße, hab ich die abonniert! So geil! Endlich das geil! Das ist ja, äh, cool! Ja, also meine persönlichen Farb- und Megabyte-Berechnungen sagen mir, dass wir an der Zeit sind, diese Folge zu werden! Das ist voll gut berechnen! Ich bin so komplett fertig! Ich bin so komplett fertig! Oh, 10 Gigabyte! Dann haben wir bestimmt schon 35 Minuten auf ungefähr! Ich wusste gar nicht, dass Inception so kurz ist eigentlich, aber gut! Ja, aber das hab ich mir bei deinem Penis auch gedacht! Da gibt's aber auch einen geilen Plot-Twist! Was? Ein Plotter-Twist, Alter! Ja, dann bin ich offen! Tschüss! Die nächste Folge! Mit einer anderen coolen Map! Der Curry hat die raus... Das ist Curry, danke! Die Map bei... Alles klar, bis zur nächsten Folge! Ich bin so geil! Bis zur nächsten Folge! Danke fürs Zuschauen! Und ich mach mal Fenster auf! Hier ist echt warm grad drin! Tschüss! Was für eine tolle Map! Beeindruckend! Sehr beeindruckend! Punkt! 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 Punkt!